Hallo zu den Galabauweisheiten der Firma Braunsteine. Unser heutiges Thema ist Plattenlegen mit Fugenlehre. Fugenlehren gibt es in 4, 5 und 6 mm Stärke von der Firma Braunsteine. Wir sind einen Meter lang, haben hier so eine kleine Kante, die entsprechend der Fugenbreite ausgebildet ist. Wie man sehen kann, ragt diese kleine Nase ja nicht besonders tief nach unten. Das ist aber gewollt, weil wir auch Pflaster damit verlegen und wenn hier Abstandsnocken sind, dann würde, wenn das tiefer gehen würde, würde diese Kante über den Abstandsnocken liegen. Aber es soll nur hier oben als Randbegrenzer sichtbar sein. Und somit haben wir jetzt nach allen Seiten die Platte schon mal picobello verlegt. Die Fugenbreite von 4 mm wird bei unseren Betonplatten, die nur 4,5 Zentimeter dick sind, benötigt. Auf der anderen Seite werden in der Stoßfuge einfach Fugenkreuze, die abgebrochen wurden, angelegt und somit kann die Platte nach allen Seiten im rechten Winkel mit einer gleichmäßigen Fugenbreite von 4 mm verlegt werden. So, wenn man jetzt eine Reihe gelegt hat, dann kann man, Felix, kannst du schon mal anfangen, kann man hier die Lehren einfach rausnehmen, kann sie nach vorne legen, kann da sauber drüber laufen, kann die wieder ausrichten und es kann direkt weitergehen mit der nächsten Reihe. Der Test des Sachverständigen, einfach den Zollstock. Das Holz hat 3 mm, mit der Spitze, mit der Metallspitze 4 mm. Und wenn das Ganze locker durchzuziehen ist, dann weiser Top-Fugenbild. So, jetzt kommen wir aber noch zum Wichtigsten, nämlich damit das Ganze, was wir jetzt so schön gelegt haben, nicht alles wieder verschlenkert, durch drüber laufen und Schubkern fahren, wir müssen einkehren. Und einkehren soll immer mit dem Verlegen gleichzeitig erfolgen. Das heißt, wenn man mal zwei, drei, vier Reihen gelegt hat, dann wird erst eingekehrt. Und heute verwenden wir einen Fugensand, Fugensplitt in einem entsprechend grauen Material für diesen Plattenbelag. Das schräge Kern ist wichtig, weil wir in dem Moment das meiste Material in die Fugen hineinbekommen. Wer das mal ausprobiert, der wird es sehr schnell merken, dass er damit am effektivsten beim Kehren ist. Nach dem Sauberkehren, also es ist immer wichtig, das danach sauber zu kehren, sieht man, wenn man hier genau schaut, dass die ganzen Platten also schon einen entsprechenden gelblichen Farbton aufweisen, der aus dem Fugensand kommt. Und auch das ist in den Regelwerken sehr, sehr genau erklärt, dass man direkt nach dem Kehren waschen soll. Natürlich machen wir das nicht nach jeder zweiten Reihe, aber am Tagesende muss die Fläche auch mit Wasser gereinigt werden, da ansonsten diese Verfärbungen dauerhaft im Stein bleiben. Und das sieht man nicht nur an so einem hellen Stein, das sieht man auch in einem dunklen Steichel. Wer das also mal ausprobieren möchte mit diesen Fugenlehren, der kann bei der Firma Braunsteine die Lehren in 4, 5 und 6 Millimeter Stärke beziehen. Ich empfehle es ganz dringend, ausprobieren einfach mal bei Platten, aber auch bei Pflasterbelegen, insbesondere in Rampen, wo die Steine von unten nach oben gelegt werden, ist es sehr schwierig, eine ausreichend breite Fuge herzustellen. Da ist es ein extrem gutes Hilfsmittel. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Galabau Weisheiten mit der Firma Braunsteine.